Er war heiß, sonnig und trocken. Der Sommer 2018 hat die Deutschen ins Schwitzen gebracht. Doch den Jahrhundertsommer von 2003 übertrifft er nach einer Bilanz des Deutschen Wetterdienstes nicht. Bei 19,3 Grad lag die Durchschnittstemperatur zwischen Juni und August. Zum Vergleich, 2003 war es mit 19,7 Grad noch ein bisschen heißer. Doch auch dieses Jahr lag die Durchschnittstemperatur deutlich über dem langjährigen Mittelwert. Der anhaltende Sonnenschein war aber nicht nur Grund zur Freude. Vor allem in der Mitte, im Norden und Osten kam es zu katastrophaler Dürre mit schweren Schäden für die Landwirtschaft. Und auch Unwetter plagten vor allem den Südwesten und die Mitte Deutschlands immer wieder. Ob Jahrhundertsommer oder nicht, zumindest Sonnenanbeter sind dieses Jahr definitiv auf ihre Kosten gekommen.